Oh, Ben, danke für die Vergiftung an Sven. Wie, Sven ist kein Sub. Nani! Du dreckiger. Dankeschön. Danke. 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 ich ja, weil ich das nicht wusste. Aber ja, klar. So, jetzt muss ich die Stelle hier finden. Ich weiß ja, die Reichweite jetzt gerade nicht. Das würdest du mir bestimmt aber gleich sagen. Ich glaube, ich bin zu tief, um das Bild auszurichten. Hm, ich muss wieder höher. Ach, meine Nase kehrt jetzt schon wieder hier. Ach, da kam's. Danke. Danke. Elo ist zu tief. Mhm. Danke, danke. Oh, Eloy, ne? Manchmal. Manchmal. Wahrscheinlich noch höher, oder? Das sah ja schon fast gut aus. Aber nur fast. Da ist es ja. Jetzt wird's laut. Äh, dies ist Las Vegas, ähm, dies ist der Las Vegas Stop unserer Aussichtspunktur. Präsentiert von, äh, Miriam Technologes und der Koalition für Umweltsanierung. Nachdem Stanley Chen Las Vegas neues Leben eingehaucht hatte, stellte er fest, dass der Erhalt seiner spektakulären Schöpfung beinahe so schwierig war wie der Bau selbst. Also wandte er sich wegen unserem hervorragenden Erfolgsbilanz in Sachen Umweltüberwachung und grüner Technologie an uns. Das ist gerade ein bisschen stören mit der Kampfmusik, ne? Äh, wir halfen ihm dabei, ein angepasster Roboter-Ökosystem zu entwickeln, das strukturelle Probleme der Stadt verhindern, identifizieren und beseitigen konnte. Mit minimalem, äh, äh, ich kann nicht mehr lesen. Minimalen Auswirkungen auf die verbleibende Tier- und Pflanzenwelt der Wüste. Kommentare. Parker, wisst ihr was? Ich bin betrunken. Jiali. Lol, wenigstens hat Parker Spaß. Martina. Kann man so eine Tour auch in, äh, Delaware machen? Kann man überhaupt was in Delaware machen? Mary, mir gefällt die Tour. Ich mag Roboter. Mary, sechs Jahre. Gute Nacht, Ben. Schlafe schön. Danke, dass du da warst. So, schnell weg hier. Ja, okay, das ist verständlich. Jetzt reicht's wirklich mal. Die anderen machen da die ganze Zeit nur hier, ne? Ich meine, die können ja krank sein und so. Ist auch scheiße, aber kann ja nicht alles auf dich dann zurückkommen. Das reicht wirklich mal. Das musst du halt auch immer wieder sagen. Die sollen nicht auch dich jetzt kaputt machen. Du machst das schon. Wie schön so was. Sehr schön so. Mit seiner Freizeit musst du auch nicht abheben, außer wenn er Bereitschaft hat. Ja. aber da ist einfach eine schlange auf mich zu geflogen was zur hölle ich auch mal ruhe ich bin bei 50 prozent kraft und wenn du mehr als 100 gelaufen so entschuldigst du dich davon reden wir doch die ganze zeit dass du dich nicht so kaputt machen sollst oder kaputt machen lassen sollst davon reden wir auch die ganze zeit keks jetzt schon vorher nicht mehr mitgemacht wenn die mir die ganze zeit alles aufbogen meine deine sachen die du immer frei haben sollst sind jedes mal immer dann gestrichen und immer musst du dann doch wieder ran und dann hast du auf einmal den dienst wieder und den dienst können ja auch nicht machen die ändern das ja so wie sie bock haben halt uncool maximal zwölft tage ich hatte 19 das darf das darf eigentlich gar nicht sein keks das darfst du und das musst du auch sagen die können ich nicht 19 tage durch arbeiten lassen das musst du auch sagen machen dies immer weiter und weiter ich habe eure ausrüstung gefunden du hast es geschafft danke das macht es meinen leuten viel angenehmer und hier ist die bezahlung vertragsgemäß danke jetzt können wir ins niemandsland zurückkehren sobald meine leute sich etwas erholt haben aber ich frage mich die röhrigen teile die ich für die rüstung verwenden wollte ich habe sie verloren auf der flucht vor den tenakt ich hatte gehofft du könntest die suchen ansonsten ist das hier alles umsonst gewesen hast du eine ahnung wo sie sein ich habe das gebiet im vertrag markiert ich weiß das ist mehr als dürfte ich okay mal sehen was ich tun kann danke das signal zeigt an dass hier noch eine aufzeichnung ist er ist eine aufzeichnung aufzeichnung und redet sie da war es einer der klein neu england staaten an der ostküste der usa er liegt ein gesungen zwischen menschen 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 ich kann ich kann ich kann diesen ich kann das sonst voll aussprechen und gerade da ist ja ja klar ja sicher ich würde ich gut wieder Wenn du so Worte, die du sonst aussprechen kannst, dann auf einmal nicht mehr hinkriegst. Aber ich glaube, kennt ihr das auch? Oder hab nur ich das? Dass man manchmal Worte, die man sonst aussprechen konnte, einfach in dem Moment nicht mehr hinkriegt? Ist mir schon ein paar mal passiert. Hab ich andauernd. Ja, das ist schrecklich. Das ist echt. Nachtkeks. Scheiße nervig, ja. Würde sich aber eher nach vulkanisch, klingonisch oder tala-süssisch an. Oder besoffisch. Keine Ahnung. Irgendwas davon. So, was eiert da rum? Ich könnte Forstmunition einsetzen. Das ist schrecklich. Alles klar, dass wir uns besser oli. Dus Duoline meinst kann auchiquen. Ist es der Energy da hier so rumknistert, oder? Ach, du bist das. Ich wundert mich die ganze Zeit, was hier so sprudelt. Komische... Du gehst mir hier auf den Sack, Energy, weißt du das? Ich dachte die ganze Zeit, dass es regnet oder so. Ah, dann Rossi. Ja, den hab ich von Chloe bekommen. Hab ich noch nie probiert. Der Energy, das hab ich auch immer, ja. WrestleMania. Knusperprops, mal was neues. Hey! Das ist nicht dein Teil, Freundchen. Tja, dann muss ich es mir wohl mit Verweis nehmen. Sag mal, ich wechsle, dass du sie machst nicht. Das ist mir schon oft aufgefallen. Der Tränk schon mit einem spricht. Der Tränk schon mit einem spricht. Alter, das kann nicht sein, Mann. Kann die mal die Sachen nehmen, die ich brauche. Jetzt hab ich schon der Schaden bekommen, den ich hätte nicht schon kriegen können. Oh, ist das ein Drecksvieh, ne? Ja. Dann pack Ghost. Dann packst du ihn zum� vin. Ja. D Dann packst du ihn. Dann packst du ihn. Und packst du ihn. Dann packst du ihn. Das kannst du ihn. Ja, ich weiß, Sven, das hast du letztes Mal schon gesagt. Den hast du ja sogar, glaube ich, kenn gezeigt. Hast du auch einen Keks gemacht? Wolltest du doch die Motz machen. Kann er mal herkommen? Habe ich das? Sorry, Alzheimer. Alles gut. Sven, du bist ja auch alt. Alles gut. Einen Spaß. Meine Fresse. Danke. Jetzt sollte ich ein runder Keil kommen können. Dann nehme ich gleich extra Teile für Runder mit. Hä? Wie? Aloy. Sehr gut. Was soll denn das heißen? Wir sammeln für uns zwei, nicht für sie. Die nehme ich mit. Was? Was? Wie kriegt ihr hier noch Bonus-Material? Pfff. Erstmal dissen. Was? Nein, ich disse nicht. April, April. Das war alles nur ein Scherz. Was? Ja? Wir haben es genug in April, sonst wäre das jetzt peinlich gewesen. ein Rebellenlager. Ein Rebellenlager. Ein Rebellenlager. Aber wie der Oseram-Stöberer sagte. Er hat aber nicht erwähnt, dass er unter einem Horus liegt. Was machen wir hier? Okay, ich greife ihn nur an. Echt wer? Ich kaufe ihn nämlich nicht. Ich klaue es selbst. Jojo. So. Nee, du kaufst wirklich nichts, Chloe. Du musst nämlich zahlen. Hm. Ich wusste es. Ich wurde entdeckt. Ein Regen. Zeig ihr, wie wir das regeln. Ich bin am Flug. Feuerschutz. Oh, ey, ey, Loi, Mann. Ganz ehrlich. Langsam gehst du mir voll auf den Sack. Ich bin durch. Ich muss dem geliehen, der das hier leitet. Damit ich erfahre, was mit mir treiben muss. Gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Auf weh! Meine Rüstung! Ich bin auf weh! Ich bin nicht bei mir. Und die Kuhne ist nur ein Busch. Ich bin nicht bei mir. Also. Ich bin nicht bei mir. Deswegen sollten wir die Krüger tun. Und die Kuhne sind nicht bei mir. Das war's für heute. Meine Fresse, kannst du mal sterben? Die Fresse, kannst du mal sterben? Dein Kopf? Oh, ich helfe dir mal bei deinen Kopfschmerzen. Geht ihm auf den Sack hier, ne? Das ist ja furchtbar mit euch. Einfach in die Jungfahrt, was? Lisa hat dich verbraucht. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, mir war schon immer einen Drecksack. Krieg ich ja die Schuld hier. Kauf dir nicht mal jemand auf Ebay ab, wenn du es zu einem... Oh, rein schnittlesig. Aber, aber, aber. Ich versteh gar nicht warum. Und B. Und C. Ah ja, die stöhnen hier rum, ey, ne? Boah, ich wollte mich doch gerade verarschen. So viel Schaden bitte machen. Weiß doch aus! Weiß doch aus! Oh, ich helfe dich. Ich helfe dich. Ich helfe dich. Waffe, ihre Munition gerade. Also, wenn ich die Augen zumache, stellt sich Chloe ganz schöne Dinge vor. Ich habe dich. Du hast. Ja. Ich stehe immer zur Verfügung. Ey. Die gehen mir ja richtig auf den Piss hier. Bitte was? Was? Ich muss sie mal jetzt scannen hier, sonst... Ich bin mal mit einem jeden Fall jängig davon. Irgendwelche Spur. Wo? Suche ich raus, ja. Du dachtest, du kommst davon? Ich zeige dir viel zu. Nein! Keine Spielchen! Warum hat der wieder volles Leben? Natürlich. Ja, genau. Ja, genau. Kann ich jetzt zu Ende markieren hier? Den habe ich, den habe ich. Habe ich gerade... Was? Steht immer zur Verfügung, richtig verstanden? Ich muss mal eben weg. Nein, Quatsch. Das habe ich nicht gesagt. Nein. Quatsch. Ganz schön viel los in dem Lager. Es ist die Hölle, ja. Oh! 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 sie bleibt auch überall hängen kann man auch so machen sehe ich auch nicht ja dann ist ja gut das nehme ich mir hier sind aber noch mehr das ist ja schrecklich kann das nur sein also mal hier bleiben ihr habt da was schönes für dich er wird immer hängen das erklärt einiges ja die soundfile files von elo ein die kleinen schweinchen ach guck mal da unten in seine die auf der anderen seite ein ohr geht es übrigens wieder gut es ging fix dann hoffe ich dass sie so bleibt da draußen ja ich kümmere mich erst mal und das lager hier ist nämlich unfassbar riesig werde ich bald brauchen können ja Bis zum nächsten Mal.